Dieser YouTube-Teaser der Tonight Show ist zum Schießen. Denn hier erklärt Miley Cyrus Talkmaster Jimmy Fallon, ihr Knie habe Ähnlichkeit mit dem Gesicht von Schauspieler Seth Rogen. Der Moderator bekommt sich vor Lachen gar nicht mehr ein. Miley sagt, das ist echt seltsam. Jimmy Fallon findet es unglaublich. Miley Cyrus, die bald Coach bei The Voice wird, witzelt über die Ähnlichkeit. Ich bin froh, dass ich etwas gefunden habe, was mich absichert. Wenn etwas mal nicht klappt und Seth ausfällt, kann ich übernehmen. Man muss nur einen Anzug hinzufügen. Du kannst ein bisschen ein bisschen schlafen. Du kannst ein bisschen schlafen. Ja, du kannst das. Ja, ein bisschen tie und glasses. Ja, genau. Oh, gosh.